Habe die Ehre München. Wir machen das ganz kurz, das Bayerische Landtag auflösen. Vom 14.10. bis 27.10. kann jeder bayerische Wahlbürger sich in die Listen eintragen. Momentan gibt es aber Irritationen, weil die Gemeinden andere Unterschriftsorte festlegen, als bisher die Wahllokale waren. Aber ich gehe davon aus, dass wir das rechtzeitig bekannt geben können, wo dann jeweils unterschrieben werden kann. Und es ist dezentraler als die Wahllokale für Bundestagswahl oder Landtagswahl. Die Gemeinden haben größtenteils gesagt, sie schicken an die Wahlbürger keine Benachrichtigung, sondern veröffentlichen den Termin und wo bei ihnen unterschrieben werden kann. In den Gemeindeblättern und in den Gemeindezeitschriften, weil das eine Veröffentlichung ist, die auch gültig ist. Und deshalb bitte ich einfach alle, die sich daran beteiligen wollen, auch dafür Werbung zu machen und gegebenenfalls mitzuwirken. Weil wir müssen natürlich möglichst viele Wahlbürger mit unserer Information erreichen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.